Ich habe euch hier mein Frühstücksmusi aufgebaut. Ich habe heute einen kleinen Apfel, eine kleine Birne, eine sehr kleine Birne, zwei gehäufte Esslöffel Haferschrot, ich nehme lieber Haferschrot als Haferflocken, die enthalten sehr viel mehr Eiweiß, dann zwei Esslöffel gemahlene Mandeln, die auch sehr viel Eiweiß enthalten und viele gesunde Fette, ein Esslöffel Kokosraspel, ein Esslöffel Leinsamenschrot, geschrotet, damit auch das Öl raus kann, damit wir was davon haben, und Zimt. Zimt schmeckt und ist gesund und hilft beim schlanker werden. Jetzt zeige ich euch die Zubereitung. Ich male immer zuerst das Obst oder die Kräuter, das Gemüse klein und dann gebe ich die anderen Zutaten dazu. Ich kriege es nicht mehr auf. Doch. Das ist mein Frühstück heute. Mmmh, so lecker. Einen schönen Tag euch. Das ist mein Frühstück heute.